Seit 2002 ist Karin Thaler als Marie Hofer bei Die Rosenheim Cops dabei. Die Schauspielerin begann ihre Karriere mit Anfang 20, als sie für Gundas Vater vor der Kamera stand. Im Laufe ihres Lebens präsentierte sich Karin auch mal richtig sexy. Auf diesen Bikini-Bildern aus den 90ern geizt sie nicht mit ihren Reizen. Die hochgeschnittene Hotpants betont besonders die langen Beine der Schauspielerin. Aber auch im Gym-Look machte sie eine fantastische Figur. Bei den Rosenheim Cops ging es dann zünftig weiter. Hier sieht man die Schauspielerin auch gerne mal im Dirndl oder im schicken Kleid. Ob sich Marie Hofer wohl auch mal so heiß zeigen wird wie Karin Thaler?